Hi, ich bin Lydia von Jobrat. Hallo, ich bin Thorin von MON7N. Ja, danke. Du hast mich gerade schon mal kurz durch euer Lager geführt. Sag mal, das ist ja propo voll. Ja, das stimmt. Das Lager ist echt voll. Wir haben ganz viele Bikes jetzt erst geliefert bekommen, die eigentlich hätten schon im März kommen sollen. Und dann haben wir noch ganz viele Räder bekommen, die für das ganze nächste Jahr geplant sind. Also die hohe Nachfrage dazu geführt, dass Händler einfach ganz oft keine Räder mehr da hatten, dass viele Menschen ihr Rad nicht bekommen haben, das sie gerne haben wollten. Und andererseits haben aber auch ganz viele Menschen Räder bekommen. Also es wurden schon auch viele Räder verkauft. Und wie kam es dazu, dass jetzt die Läden wieder voll sind mit Ware? Ja, also das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass die Hersteller durch die Komponenten, die besser geliefert werden konnten, Räder fertig bauen konnten. Die haben dann ganz lange wahrscheinlich gewartet, weil ein, zwei Teile gefehlt haben. Und die konnten jetzt quasi an die Räder gebaut werden. Und dadurch konnten viele Räder ausgeliefert werden. Also es gibt zum einen jetzt reduzierte Räder und jemand, der ein bisschen günstiger ein Rad kaufen möchte, der findet bestimmt was. Und zum anderen gibt es natürlich eine große Auswahl, wenn jemand vielleicht ein spezielles Modell sucht oder auch vielleicht eine größere Auswahl haben möchte. Der hat jetzt die besten Karten. Turin, ich danke für das Interview und deine Insider-Tipps. Gerne, Lydia. Ja. 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 Ja.